Ladies and Gentlemen, ich weiß jetzt gar nicht, ob's alle mitgeschnitten haben, da die Meldung so schnell rausgegeben, wie zurückgezogen wurde. Die gerade in den letzten anderthalb, zwei Jahren außerordentlich erfolgreiche Plattform Onlyfans hat kurz vor der Aufnahme dieses Podcasts verkündet, sexuell explizite und pornografische Inhalte nicht mehr zuzulassen. Was komisch ist, da eben diese Form von Content ein ganz wesentlicher Teil von Onlyfans ist. Man könnte so weit gehen zu sagen, dass Porno Onlyfans groß gemacht und Onlyfans Porno ein bisschen salonfähiger gemacht hat. Ist aber, wie gesagt, alles wieder zurückgezogen worden, alles bleibt beim Alten. Interessant ist es aber trotzdem, da man ein bekanntes Muster wiedererkennt. Die Bestrebung, sündhaftes Verhalten zu verbannen, kollidiert mit dem menschlichen Verlangen nach dem Spaß, den die Sünde nun mal mit sich bringt. Und mal ehrlich, gerade die Geschichte des Internets ist auch die Geschichte der Pornografie. Zu einem großen Teil zumindest. Wer weiß, vielleicht ist Porno auch einmal mehr der Innovationsmotor, wenn es um technische Neuerungen, wie zum Beispiel die Implementierung von Kryptowährungen geht. Wäre nicht das erste Mal, wird man sehen. Nun, über das und diverse andere Entwicklungen spreche ich mit meinem heutigen Gast. Der ist seit Jahren ein aufmerksamer Beobachter der prägenden Strömung des Internets. Diese beschreibt und analysiert er auf seinem Blog, beziehungsweise in seinem Newsletter Neunetz und erläutert sie auch in diversen Podcasts. Ich muss zugeben, es hat bei der Aufnahme leider ein paar Verbindungsprobleme gegeben, aber ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen. Darum jetzt ganz viel Spaß mit dem großartigen Marcel Weiß. Ladies and Gentlemen, yeah! Ladies and Gentlemen, yeah! Ladies and Gentlemen, yeah! It's called Intro! Man weiß ja nie, woran es liegt. Nee, und damit sind wir ja quasi schon direkt voll drin. Man weiß nie, woran es liegt, weil du bist doch eigentlich, ja ist doch so. Ich meine, du bist jemand, der ja schon seit geraumer Zeit die, sagen wir mal, die digitale Realität, das Netz und wie du es auch immer nennen möchtest, ganz kritisch beäugst. Und ich glaube, es wäre eine ganz charmante Einstiegsfrage. Wie lange kann man sich sowas ernsthaft angucken, ohne den Verstand zu verlieren? Das ist eine gute Frage. Ich mache das jetzt seit 2006, blogge ich zu den Themen. Ja, also pre-iPhone. Ja, ja, ja. Ich habe das da, ich habe da auch das iPhone damals auch auf Neunetz.com damals auch kommentiert, als es vorgestellt wurde, damit es ein typisches Apple-Produkt ist. Schön alles, super gemacht und geschlossen. Das ist ja ohne App Store damals gestartet. Das hat ja dann noch ein bisschen gedauert, bis sie das dann gemacht haben und das ist ja jetzt auch noch, ja, es wird ja immer stärker ein Riesenthema, der ganze App Store und welche Regeln und wie und so weiter, diese ganzen Plattform-Themen. Und ja, ja, das ist, ja, dann verliert man den Verstand. Das Interessante ist, ich habe ja zu einer Zeit angefangen, als das alles so ein Randthema war. Das hat ja niemanden hier in Deutschland interessiert, auch fünf Jahre später noch nicht irgendjemanden interessiert. Das war ja alles sehr überschaubar. Als ich angefangen habe, da hat Michael Arrington damals TechCrunch, auf die bin ich gestoßen, da hat er, glaube ich, zwei Monate vorher angefangen damit und hat dann da am Tag einen Post rausgehauen oder zwei. Und so war das auch bei ReadWriteWeb und GigaOm hat Omalik damals allein betrieben. Also da hast du deine fünf großen Tech-Blogs aus den USA gehabt und die hast du nach einer halben Stunde, da hattest du alles gehasen. Und heute sind das ja Media-Companies. Ja, ja, heute kannst du ja keins davon, kannst du da lesen, ohne da irgendwie einen Filter drüber laufen zu haben. Also ich habe ja relativ viele SS-Feeds in meinem FeedReader und habe nichts davon, irgendwie den kompletten Feed von so einem Tech-Blog drin, ohne da irgendeinen Filter drüber zu haben für die Dinge, die mich interessieren. Oder wo ich Sachen automatisch schon rausschmeiße, die mich nicht interessieren. Weil das alles ja in den letzten 15 Jahren vom Rand in die Mitte der Gesellschaft quasi so rein explodiert ist. In welchem Zeitraum, würdest du sagen, ist das in die Mitte der Gesellschaft gekommen? Fünf Jahre? Das ist eine gute Frage. Nee, also ich würde nicht sagen, so Anfang der Zehner. Tatsächlich, ich bin ja Vater von zwei kleinen Kindern. Der Große, der ist jetzt, der ist sieben, so siebeneinhalb jetzt. Und als der jetzt zur Welt gekommen ist, 2013, da war das dann, ich habe das Gefühl, dass das dann in der Zeit passiert ist, in der ich quasi alles nur noch aus den Augenwinkeln mitbekommen habe, mit kleinem Baby und übermüdet und sowas. Ich habe ja ganz lange, war das für mich ja so, da war Instagram noch diese kleine nette Fotosharing-App. Das hat ganz lange gedauert, bis ich das in meiner mentalen Schublade in ein riesiges Netzwerk Mainstream reingepackt habe. Und so ist es mir bei ganz vielen Dingen gegangen, sodass man dann immer wieder seinen eigenen inneren Kompass wieder neu verordnen muss. Weil natürlich, du hast ja an hunderttausend Stellen exponentielles Wachstum, was ja immer wieder bedeutet, dass du die Dinge wieder neu in neue Schubladen legen musst. Und das nicht einfach zehn Jahre oder auch nur fünf oder drei Jahre in derselben Schublade liegen lassen kannst. Und ich würde schon sagen, ja, so, ja, weiß nicht, so 2000, ja, wahrscheinlich 12, 13, 14, so würde ich sagen, wo sehr der Punkt war, wo das alles so richtig im Mainstream angekommen ist. Und dann hast du ja dann auch schon das gehabt, das war ja schon so, dass dann der Vorlauf für die ganzen großen Sachen dann auch so Brexit und Trump und so weiter. Womit ich nicht sagen will, dass ich das jetzt mit der Mainstream-Fizierung des Internets da, Trump und Brexit da in einen Topf werfen will. Aber das spielt natürlich alles schon zum Teil mit rein, diese ganzen Entwicklungen. Ja, ja, ich denke mal auch, ich meine, viele Leute haben ja schon gesagt und damit auch sicherlich recht, dass immer in dem Moment, wenn ein neues Kommunikationsmedium aufkommt oder auch vielleicht auch eher ein Informationsmedium, so Radio, also Zeitung zu Radio, Radio zu Fernsehen, das hat ja schon immer zu massiven gesellschaftlichen Veränderungen auch geführt. So Vietnamkrieg, was der erste Krieg war, der im Fernsehen verfolgt werden konnte und das macht natürlich was mit Menschen, genauso wie die ganzen Plattformen heute was mit Menschen machen. Und wo du gerade Instagram sagst, ich weiß, es gab früher diese ganz rückblickend, ganz kitschigen, schlechten Filter. Und also ich wusste anfangs gar nicht, ob Instagram jetzt primär dafür ist, um diese Fotofilter zu nutzen oder ob es wichtig ist, die Fotos dann auch wirklich da auszustellen, sag ich mal. So in dieser Sharing-Gedanke und ja, mittlerweile sind solche Plattformen ja, also Instagram wird ja mehr und mehr zu einem Kaufhaus gefühlt oder zu einer Werbeplattform für Leute, die dann aber auch irgendwo hin zeigen wollen, wo es dann um Geld geht. Ja, gerade ist es ja so, das ist mir jetzt aufgefallen, es gibt ja gerade diese Sache da mit Onlyfans, dass die quasi ihren Point of Sale abschaffen wollen. Also keine wirklich explizit pornografischen Inhalte mehr. Und dadurch ist mir dann erstmal wieder aufgefallen, wie unglaublich viele Instagram-Profile wirklich nur als Werbung für den Onlyfans-Link anzusehen sind. Was hältst du überhaupt von dieser Onlyfans-Geschichte? Was glaubst du, warum machen die das? Ja, das ist natürlich jetzt gerade so eine aktuelle Geschichte und da sind jetzt jeden Tag wieder neue Sachen rausgekommen und das wurde ja gleich vermutet, dass es daran liegt, dass Mastercard ihnen neue Regeln auferlegt hat als ein Payment-Dienstleister, also es ja stark über Kreditkarten läuft das ja, dass man sich dann da für den Content der sechs Arbeiterinnen dann da bezahlt, den man dann da als Fan dann da benutzt. Also ich habe das bei mir in meinem Mitgliedern Newsletter, wenn man es in einem Satz vor diesem ganzen Vorfall hätte beschreiben wollen, würde man sagen, es ist Patreon, aber mit einem organisch gewachsenen Fokus auf sexuelle Inhalte. Und da, so kann man das schon zusammenfassen, ist auch nicht von denen nicht so geplant gewesen, sondern wie gesagt, es ist halt organisch, hat sich das so ergeben, dass sie da quasi so reingerutscht sind und dann da entsprechend hohen, großen Erfolg haben, weil sie sind ja da schon synonymen mit, wenn man da jetzt, sagen wir mal, Nacktfotos verkaufen will. Ist ja das, richtig, richtig, das ist ja so das Ding, ich meine, es gibt ja sogar Songs, wo das erwähnt wird, also Onlyfans ist da ja schon sehr in der, auch wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das weiß ich nicht, ob ich das sagen würde. Sieben Millionen Nutzer haben sie, glaube ich, auf so einem Pitch Deck gesehen, dass das bei Axios gelandet ist. Die haben da so ein paar Zahlen da rausgezogen. Was der CEO jetzt gegenüber Financial Times gesagt hat, ist, dass es nicht an neuen Mastercard-Regeln gelegen hat, aber dass es natürlich auch trotzdem ein Payment-Thema ist, weil diverse Banken diese Auszahlungen, diese für ihre Creators dann natürlich dann entsprechend vornehmen. Also die Fans bezahlen dann über Onlyfans und dann schüttet das Onlyfans wiederum aus an die Creators dann, dass das ganz viel von Banken nicht weitergeleitet wurde, insbesondere auch von einer Bank, die als Mittelsmann agiert. Also dass dann Onlyfans das an diese Bank weiter, ich habe den Namen, habe ich jetzt leider vergessen, und das dann an die Endkonsumentenbanken dann weiterleitet. Und die haben das alles dann nicht mehr weitergeleitet, also wo sie ganz konkrete Payment-Probleme reingelaufen sind, die sich jetzt auch nicht gelöst hätten, wenn man da jetzt einfach einen anderen Payment-Dienstleister beim Checkout da irgendwie reingenommen hätte. Und worauf sie jetzt gesagt haben, dass sie da dann einfach jetzt so die Richtung jetzt wechseln müssen. Ein weiterer Grund, der vermutet wird, und der auch nahelegt ist, sie sind gerade auch auf der Suche nach Risikokapital gewesen, deswegen ist auch überhaupt nur Exios an den Pitch-Tech herangekommen. Und ganz interessant, in dem Pitch-Tech erwähnen sie kein einziges Mal, dass auf ihrer Plattform pornografische Inhalte stattfinden. Okay. Wo ich als Investor, selbst wenn ich mich nicht intensiv mit Onlyfans beschäftige, wenn ich das für mich auf dem Schreibtisch habe, weiß ich das ja. Und dann sehe ich mir das an und denke, und das haben auch Investoren, die das dann Axios zugespielt haben, haben auch gesagt, dass sie das unehrlich finden. Und das ist halt auch, also da weißt du ja gar nicht, wie sollst du damit umgehen, also das kannst du ja gar nicht ernst nehmen, wenn das Unternehmen nicht mal die dominante, populärste Content-Art, für die es auch steht, für die es synonym steht, gar nicht im Pitch-Tech, nicht mal erwähnt, geschweige denn thematisiert. Weil ja gerade du das auch thematisieren musst, weil natürlich auch pornografische Inhalte sind ja auch sowieso schon historischen Problemen, was so Payment-Auszahlungen angeht. Also Pornhub zum Beispiel, da hat er letztes Jahr auch ein Problem mit Mastercard und Visa. Und zusätzlich muss man dazu auch noch sagen, was man vielleicht sonst so nicht weiß, so Risikokapital ist in der Regel ja auch so, da sind so Firmen, die setzen da so Fonds auf und dann können sehr, sehr reiche Menschen dann ihr Geld, ihre Millionen dann da reingeben, in diese Fonds, die dann so fünf bis zehn Jahre maximal laufen und diese Firmen nehmen dann das Geld und investieren das in potenziell schnell wachsende Unternehmen, um dann relativ viel Geld damit zu machen, hohe Gewinne dann da zu erreichen und das dann wieder an diese sehr reichen Menschen auszuschütten, die damit ihr Geld schneller vermehren können, als das jetzt zum Beispiel in Aktien zu stecken. Im Grunde genommen ist es ja letzten Endes auch für eine Beteiligung bei Aktien, nur dass es mit mehr Risiko ist und mehr und mehr Gewinn. Und diese Risikokapitalfirmen haben aber fast alle, also ich wüsste nicht, welche das nicht haben, alle eine Klausel, die ihnen untersagt, so Weißklausel nennt sich das meistens, also so Weiß im Sinne von, im Englischen, was ist jetzt das deutsche Wort? Sünde. Sünde, genau. Also wo man halt nicht in Adult Content investieren darf und solche Dinge was. Was halt bedeutet, dass die meisten Risikokapitalfonds sowieso nicht in Onlyfans investieren könnten, solange die pornografische Inhalte haben, weswegen sie auch, selbst wenn sie da ehrlich gewesen wären, vielleicht sind sie deswegen nicht ehrlich gewesen, weil sie dachten, na, vielleicht merkt niemand. Aber da hätte sowieso niemand investiert und das ist halt so ein weiterer Grund, sind auf der Suche nach Risikokapital, also ich verstehe nicht so richtig, warum sie auf der Suche nach Risikokapital sind, weil sie haben relativ gute Kennzahlen. Aber, ja, vielleicht braucht der CEO noch eine zweite Partyjacht oder so. Ja gut, der Trend geht zur Zweitpartyjacht. Klar. Ich denke, also was ich mir noch überlegt habe, was heißt, beziehungsweise ich habe da auch so einen Kommentar zugehört, eventuell wollen die das Ding einfach verkaufen, also komplett. Und da ist es natürlich auch für vielleicht noch nicht so erschlossene Märkte sinnvoller, dass ohne die pornografischen Inhalte zu verkaufen, wobei Nacktfotografie und ähnliches, also erotische Inhalte, die werden davon ja ausgenommen. Das würde dann ja wahrscheinlich irgendwie so als etwas Ästhetisches durchgewunken werden, also a la Playboy und so weiter. Und dass sie vielleicht auch hoffen, damit Investoren zu erreichen, vielleicht aus Ländern, wo pornografische Inhalte generell noch nicht so offen begrüßt werden, wie zum Beispiel in Kalifornien. Ja, keine Ahnung, was da die Überlegung ist. Aber das Problem ist letzten Endes, und ich hatte das bei mir im Newsletter auch darüber geschrieben, dass es ja schon ein sehr, für mich jetzt als jemand, der von außen drauf schaut, ein bizarres Management-Versagen ist. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, du kannst an der Stelle jetzt sagen, ja okay, wir sperren jetzt die pornografischen Inhalte aus, aber dann bleibt ja die Frage, wofür steht denn dann Onlyfans noch? Ich weiß ja nicht, wie die Aufteilung ist, weiß man ja nicht, von den Content-Inhalten. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, dass so 90 Prozent des GMV auf pornografische Inhalte fällt und Leute, die das die pornografische oder zumindest an Pornografie angrenzen. Also wenn das so leicht begleitete Pornografie ist, das kann ja alles durchaus noch im grauen Bereich sein, aber es tendiert halt hin zu zumindest sexualisierten Inhalten, würde ich jetzt mal vermuten. Und wenn du das jetzt so beschneidest, dann bricht dir ja deine größte Säule, dein Alleinstellungsmerkmal weg und dann ist ja die Frage, was ist denn dann das Unternehmen dann noch wert, was du dann vielleicht verkaufen willst oder jemand investieren soll oder irgendetwas. Und die Tatsache, dass sie das jetzt einfach machen, ohne sich wahrscheinlich Gedanken gemacht zu haben, dass sie vielleicht an diesen Punkt kommen und wie sie damit umgehen, also nicht beruheaktiv darauf hinzuarbeiten, finde ich schon sehr befremdlich. Ich habe ja vorhin den Witz mit der Yacht gemacht, aber tatsächlich ist ja im, früher war das, in den britischen Boulevard-Medien ist da so ein Artikel durchgewandert über das Partyleben des CEOs, Onlyfans kommt ja aus Großbritannien, mit Yacht und Landhaus und regelmäßigen Partys. Und als Startup-CEO von einem Unternehmen, das jetzt noch nicht so alt ist, noch nicht so etabliert ist, das zeugt ja glaube ich auch schon ein bisschen von, sagen wir mal, Prioritäten des Gründers und CEOs, was sich jetzt auch in den Management-Versagen auch niederschlägt. Ja, ist gut möglich. Sollte es wirklich hier mit dieser Mastercard-Geschichte zusammenhängen, könnten wir beide das jetzt ganz gut benutzen, um quasi gleich die nächste Klammer aufzumachen. Nämlich so ganz grob gesagt, wofür brauchen wir denn heute eigentlich noch Banken oder Institutionen wie Mastercard, wenn man das doch, wenn man das doch ganz wunderbar über Kryptowährung lösen könnte. Ja, also das ist ja… Ihre Meinung zu Kryptowährung, Herr Weiß. Ja, das ist ja ein großer Topf, den du da aufmachst. Und tatsächlich war das auch gleich mein erster Impuls, als das jetzt vor einer Woche dann rauskam. Und haben ja dann auch andere auch darüber geschrieben, dass das natürlich jetzt auch eine potenzielle Killer-Applikation auch für Krypto gerade wäre, in die Richtung zu gehen. Und das sehe ich auch nach wie vor so. Und tatsächlich ist das ja, was ich hatte ja vorhin schon Pornhub angesprochen, die ja mit Visa und Mastercard Probleme bekommen hatten 2020. 2018 hatten sie schon Bezahlungen mit Bitcoin, glaube ich, eingeführt. Und wir müssen natürlich jetzt dann stärker noch darauf setzen, weil die klassischen Bezahlmöglichkeiten da immer weiter zurückgehen oder weggehen. Das sehe ich hier auch. Also ich sehe da schon das Potenzial. Ich glaube nicht, dass Onlyfans das selbst machen wird, weil die offensichtlich da jetzt eher in Anführungszeichen klassischen Pfad werden gehen wollen. Und wie gesagt, ich glaube, das wird nicht gut für die Bewertung des Unternehmens sein. Also da ist dann eher das Potenzial dafür da, dass jetzt quasi ein Onlyfans-Aternative oder Nachfolger mit Krypto-Payments versucht, sich da zu etablieren. Das sehe ich schon Potenzial. Aber man sieht ja an dem Erfolg von Onlyfans, dass ja durchaus da eine Nachfrage da ist auf beiden Seiten. Also von Leuten, die das anbieten, also auch von Leuten, die das dann nachfragen. Und mit Krypto-Bezahlmöglichkeiten würde man sich dann natürlich da schon ein bisschen sicherer stellen. Weil Payment-Dienstleister, es ist jetzt nicht erst seit Onlyfans, das ist schon immer so der Flaschenhals gewesen. Also wir hatten das ja damals auch bei anderen Themen wie Wikileaks und so weiter. Da war das ja auch schon immer ein Thema, dass dann die Payment-Dienstleister mal schnell mal den Geldhahn wortwörtlich zudrehen und dann sozusagen die heimlichen Zensierer im Hintergrund sind, die man eigentlich gar nicht mitbekommen soll, wie sie quasi festlegen, was passieren darf und was nicht passieren darf. Ich würde halt aber jetzt nicht sagen oder nicht davon ausgehen, dass der jetzt innerhalb von den nächsten zwei Monaten dann jetzt eine gute Alternative dann auf dem Tisch liegt und dann benutzbar ist von allem, was dann gut läuft. Weil da ist natürlich auch noch viele Herausforderungen dann da. Also gerade so Krypto, da hast du schon noch, was so User Experience angeht, schon noch große Herausforderungen, dass das dann auch wirklich benutzbar ist. Das ist dann schon noch ein bisschen mehr Aufwand für die Endnutzer, die Endnutzerinnen, als einfach irgendwo die Kreditkartennummer einzugeben. Ja, es ist auf jeden Fall ein System, an das auch die Endnutzer dann herangeführt werden müssen. Und das heißt, jeder, der jetzt zum Beispiel sein Modell, sagen wir ausschließlich über Krypto umsetzen wollen würde, der müsste sich darüber klar sein, dass er erstmal wirklich Aufklärungsarbeit auch in ganz großen Stile leisten muss. Weil, ja, einfach weil, wahrscheinlich haben viele Leute von all denen, die sich wirklich viel im Internet aufhalten, von Kryptowährungen gehört, vielleicht was darüber gelesen, vielleicht wissen die auch wirklich schon ein bisschen was nur, denen das Ganze wirklich benutzt. Also so nach dem Motto, erstmal machen. Das fehlt, oder ich meine, was heißt es fehlt? Es fehlt im großen Stil. Ich habe mich da mit einigen Leuten, die auch so aus dem Kryptospace sind, der Sherman Wosch im Gier zum Beispiel, darüber unterhalten. Und da wurde auch immer gesagt, ja, eigentlich muss man so den, muss man Anreiz bieten, Leute, dass, und die Leute da unkompliziert ranführen, dass sie da mal so ein bisschen was mitmachen können. Aber da, ich meine, das Potenzial, das ist ja, würde ich mal sagen, dem ist unwidersprochen, weil immer mehr von unserem, von dem Leben wandert ins Digitale ab. Das heißt, auch ein wirklich digitales Geld, was Kryptowährungen natürlich darstellen, ist an der Zeit. Ja, also ich sehe schon auch da viel Potenzial. Und ich meine, was gibt es ein größeres Anreiz für Leute, da ein neues Payment, oder was auch immer, eine neue Technologie, sage ich mal, zu benutzen, als Pornografie. Als Pornografie. Also es ist ja, naja, aber das ist ja schon so, dass so Pornografie hat ja schon ganz oft Technologien nach vorne gebracht, ob das jetzt VHS gewesen ist, oder jetzt Internet, Videos, Download-Streaming und so weiter. Das ist ja schon immer relativ stark vorn gewesen und auch die heutigen populären Pornoseiten, wenn man dann mal manchmal so Zahlen sieht, was die an Aufrufen haben und an Traffic, das ist ja schon wirklich, wirklich, wirklich enorm. Wird eben einfach aus kulturellen Gründen einfach nicht thematisiert. Also wird immer so ein bisschen im Hintergrund gehalten, aber das ist ja schon was Relevantes. Und das, ja, also ich hatte das auch bei mir geschrieben, also als Endes das, was mit Onlyfans passiert ist und was mit Pornografie oder mit sexuellen Inhalten da möglich ist, kann man sich eigentlich keine bessere Situation vorstellen, in der Kryptografie, Kryptowährungen nochmal einen Schub nach vorne bekommen könnten. Die einzige bessere Situation, die ich mir vorstellen kann, ist einfach Überinflation. Also wenn man in einem Land ist, wo es Überinflation gibt, wo dann Leute sich einfach nach alternativen Zahlungsmitteln umschauen, was wir ja zum Teil in Venezuela sehen und zum Teil auch in anderen Ländern, wo wir jetzt schon sehen, dass da Leute dann einfach aus sich heraus aufgrund der lokalen Währungssituation einfach nach Alternativen suchen. Und da hast du ja auch einfach bei Krypto den Vorteil, was du ja schon sagst, wir sind online, wir haben das schon alles. Du hast dann den immer vernetzten Supercomputer in der Hosentasche und dann kannst du dann in der Regel oder auch da kannst du das dann relativ schnell benutzen. Ist natürlich da auch immer wieder so dieses Thema, ich glaube, dass Krypto grundsätzlich als Thema auch ein bisschen zurückgehalten wird von den Regeln der App-Stores. Da sind ja Apple und Google da schon und gucken auch so ein bisschen drauf, was sie anlauben. Also Apple und Apple noch ein bisschen mehr. Aber davon abgesehen, als Technologie steht das halt bereit und letzten Endes wartet es nur auf das Umfeld, auf die Situationen, in denen es dann richtig attraktiv wird. Und das sind die zwei Beispiele, die ich jetzt genannt habe, sehe ich da schon als sehr naheliegend. Es gibt sicherlich noch andere, aber das ist jetzt, weiß ich schon, glaube ich, die zwei Umgebungen sind, wo Krypto sich da, zumindest als Zahlungsmittel da, stärker verbreiten kann. Man muss ja dieses ganze Krypto-Thema letzten Endes zweigeteilt sind. Auf der einen Seite hast du das, worüber wir jetzt hier geredet haben, ganz klar, die so Ersatz für Payment, wo dann einfach so Wert hin und her geschoben wird, als Zahlungsmittel. Und dann gibt es ja noch so andere Möglichkeiten, was man dann da richtig dezentral umsetzen kann. Dezentrale Netzwerke oder Dienste oder mit NFTs und so weiter. Das ist ja nochmal, das geht ja nochmal in eine leicht andere Richtung. Das muss man schon, glaube ich, nochmal getrennt betrachten. Das finde ich fast noch ein bisschen spannender zu sagen, dass man ein Social Network auf einer Blockchain-Parsis dezentral organisiert, sodass das eine andere Alternative ist zu dem, was wir heute haben. Also es sind ganzen zentral organisierten Social Networks und so weiter. Aber das ist wiederum etwas, was wirklich, wirklich, glaube ich, aktuell schwer in diesen mobilen Sektor reinkommen kann. Also gerade so Apple App Store, das ist da schon eine größere Herausforderung, da reinzukommen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Frage ist halt, wie lange das dauern wird, bis das dann zum Beispiel in Mainstream ankommen wird. Weil das ja schon auch etwas ist, was sich ein bisschen schwerer tut, Verbreitung zu finden, eben weil es schon viele Online-Angebote, klassische Angebote gibt, die von Leuten genutzt werden. Und Trägheit der Leute sollte man auch nicht unterschätzen. Das auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass wenn man jetzt von diesen Web3-Plattformen oder von diesen möglichen dezentralen Systemen ausgeht, da sind natürlich auch viele der gegenwärtig größten Firmen der Welt nicht unbedingt begeistert davon, weil das denen ja auch auf lange Sicht wahrscheinlich schon das Wasser abgraben wird. Und also, ich denke mal, eine Firma wie Google, wie Facebook etc., die können Kryptowährung besser in ihr bestehendes und in ihr sie reich machendes System integrieren, als wenn da jetzt jemand kommt und sagt, wir haben eine Technologie, die das ganze System, was ihr aufgebaut habt, obsolet macht. Da sehe ich da schon so ein bisschen, naja, die Möglichkeit, dass die da nicht so Lust drauf haben, ganz simpel gesprochen. Ja, weiß ich gar nicht. Ich würde da die verschiedenen Big-Tech-Konzerne da glaube ich nicht in einen Topf werfen. Also da hast du sicherlich so ein Apple, das ja schon, sagen wir mal, einen Kontrollfetisch hat. Dann hast du so ein Google, wo das Hauptprodukt, wo ich jetzt nicht sehe, dass die Google-Suche jetzt von irgendeiner Krypto-Alternative abgelöst wird. Das wird auch, glaube ich, nicht in den nächsten Jahrzehnten nicht passieren. Und dann hast du ein Facebook, wo du da schon auch nochmal ein Wachstumspotenzial hast, was sie ja selbst ja auch gesehen haben mit ihrem Libra-Diem-Projekt, wo sie ihr eigenes Kryptowährung da etablieren wollten und dann relativ viel in regulatorischen Gegenwind reingelaufen sind. Und jetzt sind sie, glaube ich, jetzt kurz davor oder starten das jetzt gerade. Und da gerade bei einem Facebook ist da schon viel Potenzial drin, gerade weil das auch ein zusätzliches Standbein sein kann neben dem Werbegeschäft. Dass man dann einfach sagt, auf der Basis dann ganz viel, den ganzen Finanzbankensektor dann nochmal in diesem Krypto-Umfeld abbilden und als ein Facebook mit jetzt fast drei Milliarden Nutzern bist du natürlich dann auch der größte Knoten in diesem Netzwerk und kannst natürlich dann relativ viel dann da rausziehen. Und wenn du grundsätzlich auf die Entwicklung der Technologie schaust und du zu dem Schluss kommst, dass wir sowieso in den nächsten Jahrzehnten an einem Punkt kommen, an dem es diese ganzen Krypto-Angebote in der Mitte der Gesellschaft irgendwo ankommen werden, irgendwann, dann ist es natürlich sinnvoll für so einen Konzern wie Facebook zum Beispiel, auch frühzeitig da proaktiv was eigenes jetzt aufzubauen. Ich hatte damals, als sie das Libra vorgestellt haben, auch einen ziemlich langen Artikel dann noch dazu geschrieben und hatte das genau in der Richtung dann auch ausgeführt und da ist bei denen schon Potenzial da, da sehr viel, ja einfach einen neuen, großen Erlösstrom aufzumachen. So, jetzt nur mal quasi deinen Gedanken erahnend. Ich bin mir sicher, dass Facebook, wenn sie ein, ihre eigene Kryptowährung ins Spiel bringen, da haben die natürlich eine super Position. Aber worauf ich ja hinaus wollte, war, dass, wenn es das, was so als Web3, das dezentrale Internet und so, wenn das kommt, ich glaube, das wäre dann was, was dann auch an Stühlen rütteln kann, auf denen zum Beispiel ein Facebook sitzt. weil ein soziales, ein soziales Netzwerk, dezentral, das ist schon eine spannende Vorstellung. Würde ich mal sagen. Ja, finde ich auch, finde ich auch sehr spannend, aber es ist ja völlig unklar, von welchen Zeithorizonten wir sprechen und in der Zeit kann sich das ja, also je nachdem, in den nächsten 10, 20 Jahren, wie sich das entwickeln wird, das lässt sich überhaupt nicht vorher sehen und es ist ja dann auch immer so, dass wir ja jetzt, wenn wir jetzt mal schauen, wir haben ein bestimmtes Paradigma und das wird dann abgelöst. Also wir haben ein ganz großes, wir haben einen ganz großen Mainframe-PC-Hersteller namens IBM und der wird dann auf einmal überschattet von dem Betriebssystemhersteller Microsoft, sondern hat es dann dominiert Microsoft die Tech-Industrie und dann kommt irgendwann ein Internet-Suchmaschinen Anbieter namens Google und überschattet Microsoft und dann kommt dann kommt Apple und krempelt mobile Endgeräte um und verändert das alles und das hat aber zu keinem Zeitpunkt hat das dazu geführt, dass irgendwie das alte Unternehmen oder das vorher dominierende Unternehmen da jetzt pleite gegangen ist. Also IBM geht es nach wie vor gut und Microsoft geht auch von Rekordquartal zu Rekordquartal und könnt ihr mir vorstellen, dass das in dem Feld hier vielleicht auch ähnlich sein wird, dass es in Facebook auch weiter gut gehen wird, auch wenn es dann ein großes Web3 dezentrale Alternativen gibt, die dann hochkommen, wo dann Facebook dann vielleicht auch irgendwo an einer Stelle dann andockt und dann zwar vielleicht so cool dann noch wirkt wie heute in GMX oder so, aber dann einfach trotzdem noch weiter existieren kann. Also das kann ja dann vor allem, weil das ist ja bei der, ich glaube, was man oft unterschätzt und was auch wirklich schwer ist, das irgendwie mitzudenken, wenn man über Szenarien nachdenkt, ist die Tatsache, dass online ja ganz viele Angebote miteinander interagieren, ob sie jetzt direkt miteinander über APIs, Programmierschnittstellen miteinander verbunden sind oder ob das dann nur indirekt stattfindet über Links und so weiter. Das ist ja, das agiert ja alles miteinander. Also wenn man auf TikTok ist, dann sagen die Leute, ja folgt mir auf Instagram und auf YouTube und umgedreht und so weiter. Und das befruchtet sich ja gegenseitig oder ist miteinander verbunden. Das heißt auch, du hast auch als Unternehmen auch strategische Optionen. Man hat auch Facebook eine strategische Option dann zu sagen, ja weiß ich, wir öffnen jetzt unser Facebook-Netzwerk für dieses Neue oder wir beteiligen uns auf eine andere Art und Weise da. Ja, das stimmt. Das ist ein interessanter Gedanke, weil man, wenn man diese neuen Sachen hört, dann denkt man ja häufig, ich weiß gar nicht, warum man sich dazu hinreißen lässt, das zu denken, so ja, da wird jetzt das Neue wird das Alte vernichten. Aber in der Vergangenheit war das ja auch nie so. Das war ja, trat auf gewisse Art und Weise an die Stelle. Aber viele Sachen sind immer noch da. Stimmt. IBM. Hi. Diesmal habe ich meinen Gedanken weitergeführt. Ich hatte ja auch, okay, dann musst du mal gucken, wie das zusammen schneidest. Ich hatte ja noch meinen Gedanken auch zu Ende geführt. Ja, das wird gut. Okay, gut, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Ach ja, da gibt es Wilderes, glaube ich. Wenn wir uns jetzt die Blockchain angucken und das, was da so passiert und was auch, da gibt es ja halt auch diese Hype-Bewegung. Du hattest mal, hieß es Bitcoin, also zweimal hieß es ja schon, Bitcoin wird das ganze Währungssystem umkrempeln und in einem Jahr ist nur noch Bitcoin und alles und da sind Leute sehr enthusiastisch unterwegs. Ähnlich scheint es jetzt gerade mit Non-Fungible Tokens, also NFTs zu sein. Da gibt es auch eine sehr enthusiastische Fangemeinde, wobei ich bei NFTs halt auch teilweise schon einen wirklichen Nutzwert sehe. Also da gibt es ja wirklich interessante Sachen, aber wenn man jetzt mal nur NFTs so im Kunstkontext betrachtet, sei es jetzt als Musikstück, Kunstwerk, whatever, da habe ich in der letzten Zeit so ein bisschen den Eindruck, dass allein die Tatsache, dass ein Kunstwerk ein NFT ist oder als NFT rausgeneriert wird, das macht es schon cool. Also unabhängig davon, ob das Kunstwerk jetzt cool ist. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 absolut. Also das, zum einen das, du hast ja dann auf einmal was ganz Neues und dann wollen natürlich auch ganz schnell ganz viele Leute dann auch dabei sein, ob das jetzt irgendwie so Musikerinnen sind oder Künstlerinnen sind oder Leute, die Kunst sammeln und dann hast du natürlich auch die ganzen Institutionen, die da auch, ich meine, wann passiert im Kunstmarkt mal etwas, was wirklich irgendwie so von der wirtschaftlichen Seite was Neues bedeuten würde oder neue Möglichkeiten hat. Das ist natürlich dann schon aufregend. Ich glaube gleichzeitig aber auch, dass wir da auch so ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl auch so ein bisschen haben, es gibt jetzt auch schon einige, sagen wir mal so Kryptomillionäre, aber eigentlich auch Milliardäre, also Leute, die in den letzten Jahren mit Bitcoin reich geworden sind und die auch sehr starke, deswegen auch sehr starke Kryptofans sind und dann auch ein bisschen so, sagen wir mal, die haben halt viel Geld und dann auch dieses Geld auch benutzen, um dann für absurde Summen dann NFTs zu kaufen um das dann auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung zu machen, dass das dann halt auch, oh guck mal, das NFT geht für so und so viel weg und dieses, wie heißt, ich habe jetzt den Namen, wie ist denn dieser Künstler, der jetzt diese, um die Jahreswende war, war ja diese große Auktion, Bibel heißt, ich weiß ja glaube ich, irgendwas in der Richtung. Bibel, genau, 5000 Days oder so. Genau, genau, dieser, jeden Tag haut der ja so ein Bild raus und hat dann halt angefangen mit NFTs erst schon eine Auktion zu machen, die Wellen geschlagen hat und dann eben diese Auktion noch und die ja wirklich für Schlagzeilen gesorgt hat, weil er da sofort zu einem der zeitgenössischen Künstler geworden ist, die das meiste Geld mit einer Auktion verdienen. Ich glaube, der ist ein anspannender. 60 Millionen oder so. Ja, ich glaube 68 Millionen waren so irgendwas. oder irgend so etwas. Und das war, und da ist ja dann jetzt glaube ich auf Platz 1 oder Platz 2 weltweit, was das Ranking angeht von Künstlern oder Malern, die da, was man da an Auktionsvolumen dann umsetzt. Auf jeden Fall, was interessant war dann in dem Zusammenhang, es stellte sich dann raus, dass einer, der macht, das ist auch ein Millionär, der macht die Thron-Blockchain und hat unter anderem die Bitterend-Firma übernommen. Und der hat auch darauf geboten und wollte dann eigentlich, und hat auch immer weitergeboten und weitergeboten. Und in den letzten zwei Minuten hat er eigentlich noch mehr geboten, als was es dann rausging. Und er behauptet und hat gesagt, dass sein letztes Bit, sein letztes, was er angegeben hat, was er bereit ist zu bezahlen, zwei Minuten vor Ende, dass das nicht mehr vom System angenommen wurde. Und die Auktion selbst, ist an jemanden gegangen und da wird es jetzt ein bisschen shady, die ist an jemanden gegangen, der ein Unternehmen oder beziehungsweise, wie soll man sagen, ein Fonds, ein Digital-Kunst-Fonds aufgesetzt hat, wo diese Auktion reinfließt, diese 5000 oder Days oder wie auch immer so von Beeple. Und dieses ganze Konstrukt, wo das mit reinläuft, diese Kunstwerke, das wiederum, daran kann man sich als in Form von NFTs beteiligen. Also ich kann dann jetzt oder du, wir könnten jetzt einen Anteil in Form von einem NFT daran kaufen, in der Hoffnung, dass dieses ganze Konstrukt an Wert weiter gewinnt. Und Beeple selbst ist ein Teilhaber von diesem Fonds. Ah! An dem das gegangen ist. Und das ist dann schon ein bisschen... Der zündet die Kerze an beiden Enden an. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig, vor allem vor der Tatsache, dass er das gar nicht hätte machen müssen und trotzdem richtig viel Geld gemacht hätte. Also dieser Throngründer, der wollte das auch für viel Geld kaufen. Und solche Sachen passieren aber jetzt. Aber da ist es so ein sehr dynamisches Feld, wo solche Dinge passieren, wo ich aber trotzdem solche Sachen, das muss man im Kopf behalten, das muss man sehen, dass da solche Dinge... Weil jetzt relativ schnell viel Geld hier auch gemacht werden kann und ganz viele Leute einfach noch nicht den Überblick haben. Das ist ja ein ganz neues Feld. Aber nichtsdestotrotz grundsätzlich das Thema NFT halte ich für extrem spannend, weil es, wenn wir da wieder zurückkommen so zu Onlyfans und so weiter, oder das große Feld Creator Economy, sage ich jetzt mal, wo so kreativschaffende online Geld verdienen können, so Geschäftsmodelle für kreativschaffende im Netz, da sind NFTs eine enorme Möglichkeit zu experimentieren auf der Geschäftsmodellebene, ganz viele Dinge auszuprobieren und auch gemeinsam mit der eigenen Community und den eigenen Fans da etwas zusammen zu machen. Da sind auch, und da ist auch ganz viel Enthusiasmus auch an ganz vielen Stellen auch in der Creator Economy, deswegen auch bei Leuten, die sich damit professionell beschäftigen, da auch gerade da und das finde ich, ist für mich jetzt persönlich auch gerade von so Kryptothemen auch so das Spannendste, weil da ganz viel möglich ist. Ich sehe da teilweise Parallelen zu dem, was man heute noch so die Dotcom-Bubble nennt, weil damals hat ja in dem Moment, wenn eine Firma gesagt hat, ja wir sind im Internet oder wir haben eine Dotcom, dann hatten die wirklich teilweise einfach nur eine Homepage und das war's. Also die hatten buchstäblich eine Domain und konnten sich dann damit schmücken, zu sagen so, wir sind jetzt Teil dieser neuen wichtigen Welle und das hat denen dann gleich so eine gewisse Legitimität verschafft und ich glaube, dass das, was das mit NFTs, das ist ähnlich, dass in dem Moment, wenn ein Künstler sagt, ich mache irgendwas als NFT, dann ist das erstmal wow, denn alle Leute, die NFTs geil finden, finden das dann auch cool und dadurch wird, vermute ich mal, auch relativ viel Schwachsinn nach oben gespült werden. Es ist aber vielleicht gar nicht schlimm, weil so war es in der Dotcom-Bubble auch und die ganzen Firmen, die du vorhin aufgezählt hast, die Googles, die Facebooks etc., die kommen ja auch daher. Das heißt, irgendwas wird daraus ja, dann wird da aus diesem ganzen Sumpf dann an die Oberfläche kommen und wahrscheinlich verbleiben. Da fällt mir jetzt bei NFTs spontan ein, die die Crypto-Punks, diese kleinen, ich glaube, 20x20 Pixel-Bilder, die auch schon ewig in Internetzeiten ewig am Start sind und die jetzt so ein bisschen in meiner Wahrnehmung als das NFT-Aushängeschild gelten. Ja, was auf jeden Fall schon bevor man so das NFT genannt hat, gab es halt die Crypto-Kitties, was man so sammeln konnte, diese, weiß ich, diese Kratzenfotos oder was auch immer, weiß ich genau, was man dann damit gemacht hat oder in welcher Form das war. Ganz populär, zumindest in den USA, ist, was ist denn das, ich glaube, NFL-Topshot oder so etwas, ist das NFL? Ja, 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 das habe ich auch irgendwas gehört. So Sammelkarten, ne? Und das ist solche Sachen, ne? Also ich meine, das ist, da kann man sich natürlich darüber lustig machen, dass dann Leute JPEGs sammeln oder sowas, ne? Aber ich meine, eine Sammelkarte, was, also ob das, ob das Foto oder das Bild, das man sammelt, jetzt digital ist oder ob es auf Pappe gedruckt ist, macht vom, vom, sagen wir mal, vom Gegenstandswert her keinen Unterschied, ne? Der Wert entsteht ja aus dem, aus dem sozialen Konstrukt, der da drumrum entsteht. Genau. Und da muss das nicht, da muss man das nicht, für diesen sozialen Konstrukt, muss man das nicht in der Hand halten. Und das ist auf jeden Fall sehr populär und, ja, auch naheliegend, ne? Dass es in dieser, in dieser Sammelecke dann erstmal auch sowas hochkommt. Spannend finde ich, dann wie gesagt, NFT ist dann, ich hatte es auch von mir jetzt noch mal darüber geschrieben, im Kontext dann zu sagen, okay, dieses NFT, ich habe jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin zum Beispiel ein Musiker oder eine Band und habe jetzt, bringe ein Album raus und zu diesem Album gibt es jetzt 100 NFTs, ne, für uns, für unsere 100 Superfans und die können jetzt, die können das jetzt kaufen und du kannst das dann, und dann hast du das NFT zu diesem, zu diesem Album, kannst du sagen, ich habe das gleich am, ich bin so ein Superfan, dass ich das gleich am Erscheinungstag gekauft habe und habe es jetzt zehn Jahre später immer noch so. Das kann man, da entsteht ja auch ein Ökosystem drumherum, wo man das dann auch auf Profilen dann zeigen kann, welche NFTs man besitzt und so weiter und dann kann man ja zeigen, wie früh man da dann vielleicht schon dabei war und wenn man dann die Meinung irgendwann ändert, kann man das dann auch weiter veräußern. Das ist ja das Besondere an NFTs, dass sie dann im Idealfall möglichst losgelöst sind von Anbietern. Also das stimmt jetzt aktuell auch noch nicht so hundertprozentig, da stecken hinter NFTs dann ganz oft irgendwie so ganz nackt über S von den Anbietern, die das dann, oder von den Dienstleistern, die das umsetzen und wenn der Dienstleister verschwindet, dann verschwindet auch ein Teil des NFTs und ob das irgendwie das dann sein wird, wird man auch noch sehen. Aber ganz theoretisch, grundsätzlich im Idealfall, ist es ja ein digitales Objekt, das unabhängig ist, ob jetzt der Server von dem Verkäufer dann in zwei Jahren noch steht oder nicht. So sollte es zumindest sein. Im besten Fall, ja. Und in diesem Idealfall können dann relativ interessante Ökosysteme entstehen und das ist schon sehr spannend. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, du bist eine Band, hast jetzt von deinem Album von 100 NFTs, vom nächsten Album machst du nochmal 100 NFTs und wer so ein NFT hat, der kommt in unseren exklusiven Superfan-Club rein. Das kann auch ein Forum sein, wo man dann vielleicht mit Leuten miteinander redet oder wie auch immer. Und dann hast du da schon so eine Obergrenze von Leuten, die da reinkommen, was dazu bedeutet, was warum dazu führt, dass du dann, dass der Wert dieses NFTs, was dann die Eintrittskarte in diesen VIP-Club ist, natürlich steigt. Und dann hast du dann auch viele Leute, die dieses NFT haben, entsteht dann auf einmal auch ein Wiederverkaufswert von diesem digitalen Objekt, die das dann auch weiter veräußern können zum Beispiel. Richtig. Und dann gibt es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, für die Band zu sagen, oder wenn du das NFT rausgibst, ich möchte für jeden Wiederverkauf daran beteiligt werden. Also mein Fan, wenn die das zum Beispiel weiterverkaufen, bekomme ich prozentual etwas davon, sodass ich dann als ursprünglicher Herausgeber des NFTs dann immer daran beteiligt werde, solange das jetzt einen wirtschaftlichen Wert hat, also einen Wiederverkaufswert hat. Und das ist jetzt so mal so ein Use Case, der um so NFTs entstehen kann, den ich jetzt erst mal relativ, den ich spannend finde, aber noch mal relativ offensichtlich. Und ich bin mir sicher, dass wir dann in den nächsten fünf Jahren noch sehr viel verrücktere Dinge sehen werden, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, die dann da möglich werden. Und das finde ich extrem spannend, weil es eben auch eine Möglichkeit bietet, auf ganz, ganz viele verschiedene Wege für Kreativschaffende sich zu refinanzieren. Ja, und was du sagst, dieses soziale Konstrukt, was sich um ein Sammelobjekt bildet, aus irgendeinem Grund, wenn man ihn hinterfragt, der einem vielleicht gar nicht so klar ist, du kennst ja noch Briefmarken sammeln. Und es war ganz normal, dass man gesagt hat, oh ja, da gibt es Briefmarken, die sind ganz besonders viel wert. Da gab es ja hier die blaue Mauritius, die teuerste Briefmarke der Welt. Und so weiter. Und das war ganz klar. Jeder wusste, okay, es gibt Briefmarken, die sind viel wert. Aber es hat ja niemand gefragt, warum eigentlich? Weil die Antwort ist so einfach wie ernüchternd, weil jemand bereit ist, dafür so viel Geld zu bezahlen. Genau. Kronkorken wurden gesammelt, Zigaretten, Briefchen, what the heck. Aber Briefmarken, das war ja, das finde ich da eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil es faktisch Dinge sind, die ihre Aufgabe bereits erfüllt haben. Also wenn der Brief mit der Briefmarke verschickt ist, dann sobald die Briefmarke gestempelt ist, war es das. Konntest du nichts mehr damit machen. Und dann haben Leute angefangen, die zu sammeln. Und das ist bei diesen, ob NFL oder wie auch immer Shots, ich glaube, da werden irgendwie wirklich so Screenshots von irgendwelchen Moves von den Sportlern dann einfach als NFT rausgehauen. Und ja, da sagt man, da sagen dann jetzt so Leute, die mit der digitalen Welt vielleicht nicht allzu viel am Hut haben. Ja, wozu denn das? Ja, irgendjemand findet es gut. Und irgendjemand will da Geld für bezahlen. Und ja, wenn Musiker, Kunstschaffende, was auch immer, da diese, das ist jetzt dann schon fast so ein bisschen aktienhaft, so, dass sie dann immer noch so ein bisschen ihren Teil da rausziehen können, prozentual halt. Das ist auch was, was eventuell im Kreativmarkt, das so ein ähnliches, eine ähnliche Dynamik auslösen kann, wie als es durch die Technik möglich wurde, für jeden Musiker zu Hause am Laptop ein Lied zu komponieren in einer vernünftigen Qualität, wo dann die ganzen Studios quasi drunter geächtzt haben. Ja, das kann auf jeden Fall interessante Rückwirkungen dann auf das Objekt oder den Inhalt oder die Verbindung der NFTs dann haben. Und dieses Beispiel, wo du meintest, so die 100 Hardcore-Fans, die kriegen jetzt sowas. Man stelle sich mal vor, das würde jetzt nicht so eine große Band machen, sondern, stell dir vor, Billie Eilish hätte das gemacht, bevor ihre großen Hits rausgekommen sind. Und irgendwie 100 Leute hätten das gemacht und dann wäre, dann wäre Billie Eilish zu dem geworden, was sie heute ist. und du und ich, wir hätten jeder so einen Hardcore-Fan-NFT, da würden Leute automatisch sagen, ey Marcel, komm, was willst du für deinen NFT haben? Ich gebe dir, ich habe, dann geht das Ganze irgendwann an Leute, die richtig viel Geld haben, keine Ahnung, vielleicht will dann Jay-Zs Tochter unbedingt da rein. und das sind dann die Möglichkeiten. Naja und vor allem hast du ja dann, hast du ja dann noch, das Interessante ist ja dann, so Billie Eilish, erstes Album, du bist am Erscheinungstag, weil du vorher schon Single gut fandest, hast du einen NFT und du hältst das bis heute und du kannst nachweisen, dass du das am Erscheinungstag des ersten Albums und seitdem gehalten hast, da hast du ja quasi einen offiziellen Ausweis dafür, dass du der größte Superfan bist. Also was das auch an sozialen Dynamiken auslösen kann, glaube ich, können wir auch noch nicht so richtig sehen, was das dann alles bedeuten kann. Ja, aber das stimmt, es gibt ja diesen typischen Spruch im Internet, ich kannte das schon, bevor es cool war. Und dann könntest du das quasi beweisen. Ja, das ist wirklich, ja und diese Technologie, die ermöglicht einfach, den Leuten halt auch so ein bisschen damit zu spielen und zu spinnen vielleicht auch und ich glaube, da kann ganz, ganz viel Gutes drüber, mit, mit noch entstehen. Wahrscheinlich auch irgendwas Komisches, aber naja. Da ist man im Internet ja schon drauf vorbereitet. Ja, aber nochmal zu dem Wert zurückzukommen, ich muss da immer an diesen einen VWL-Dozenten damals bei mir denken, der hatte so einen breiten österreichischen Dialekt, hat der gesprochen. Wir hatten damals ein Seminar, auch zu Preisbildung war das, glaube ich, und der hat da gleich in der ersten Vorlesung, so einem Seminar damals im Hauptstudium, dann gesagt, ich kann jetzt nicht so den Dialekt nicht sagen, aber es gibt keinen objektiven Wert. So, ne, da hat er ja so ganz breit, hat er das gesagt. Und das ist halt, glaube ich, schon etwas als Konzept, was vielen Leuten schwerfällt, zu veränderlichen genau das, was du vorhin gesagt hast. Der Preis ist das, was jemand bereit ist zu bezahlen. Und alles andere ist erst einmal nicht so relevant. Also, wenn wir jetzt mal so negative Externalitäten und so etwas einmal beiseite lässt, was man, was dann, was reguliert werden muss und so weiter. Das ist klar. Es gibt natürlich dann, es gibt natürlich immer Punkte, wo man dann, aber so grundsätzlich, was ist ein Ding wert, das, was jemand bereit ist, zu bezahlen. Und daraus, und dann kann das eben auch einfach was Digitales sein, was man nicht anfassen kann, wo die Knappheit künstlich reingebracht wird und dann aber nicht ein Nachteil ist. Also ein Nachteil ist, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt, ja, ich will jetzt irgendwie einen Film zum Beispiel schauen und ich kann den jetzt hier mir für, weiß ich nicht wie viel, 10 Euro oder, oder im VIP-Zugang bei Disney für 20 Euro einmal angucken oder sowas. Das ist eine negative Knappheit, die da reingebracht wird. Und hier ist es aber bei NFT ist es ja so, dass ja Knappheit nicht das Problem ist für mich als Käufer oder Nutzer, wie auch immer man es sagen will, sondern halt ein Feature. Aus der Knappheit kommt ja das Feature, dann hast du raus, wo wir vorhin gesagt haben, aufgrund der Knappheit bin ich dann als, einer der Superfans, die in den VIP-Klub reinkommt oder, aber sind eigentlich andere Dinge dann da dran. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, den man da verstehen muss, was jetzt so ein, was jetzt hier so eine Knappheit bei einem NFT unterscheiden kann von jetzt, man kauft sich digitalen Album oder einen Film oder ein E-Book oder so, oder sowas. Das sind ja unerwartige Arten, wie man digital mit Knappheit umgehen kann. Und Knappheit ist im digitalen, in der digitalen Domäne ja sowieso etwas, was ja eigentlich nur artifiziell ins Leben gerufen werden kann, weil ansonsten ist es halt Copy-Paste. Hm. Und das ist, ich denke, das macht das Ganze auch so ein bisschen, ja, ja, menschlicher will ich nicht, es gibt in der, in der physikalischen Welt durchaus, durchaus echte Knappheiten, die sich meistens als etwas Negatives entpuppen. In der digitalen gibt es das eigentlich nicht. Man denke an Napster. Ähm, aber dadurch, dass das auch wieder sowas ist, was ein, ein, irgendwie einen menschlicheren, einen greifbareren Faktor in die digitale Domäne überträgt, wäre natürlich auch interessant darüber nachzudenken, wie es ist, wenn, wenn noch mehr als jetzt schon von unserem Leben dahin wechselt, dass man da dann auch die entsprechenden, ja, und sei es nur, äh, seien es nur, äh, Kunstwerke. Ähm, Facebook hat doch jetzt auch dieses komische, komikhafte Workspace, äh, Artificial Intelligence Dingen da rausgeholt, äh, aus dem Hut gezaubert und man stelle sich vor, man hat ein, sagen wir ein Videospiel. Videospiel, ein Online-Spiel wie, äh, Grand Theft Auto, wo viele Leute sehr viel Zeit drin verbringen und wenn dann da noch NFTs dazu kommen, dass du in deinem Videospiel zu Hause NFT-Kunstwerke hängen haben kannst, das, das Ganze gibt dem ja nochmal eine ganz andere, tja, was gibt es das, eine ganz andere Kredibilität, wenn du so willst, also dem Videospiel, nicht dem NFT. Ja, aber das, das, das ist ja jetzt schon möglich, dass du halt in Spielen dann, äh, Dinge kaufen kannst, virtuell, ob das irgendwie so, so Rüstung ist oder, oder, oder irgendwas oder wie du aussiehst und so weiter, aber der Unterschied oder das Neue mit NFTs ist ja letzten Endes, dass da die technische Grundlage jetzt geschaffen wird, das ist jetzt noch nicht so, jetzt noch so, aber in ein paar Jahren dann, dass du dann vielleicht etwas kaufst, was digital ist, was du in dem einen Spiel gekauft hast und da benutzt und dann aber zu einem anderen Spiel mitnehmen kannst, sodass du nicht jedes Mal bei jedem Online-Spiel wieder neu kaufst, also und dann, und wenn du weißt, du kannst das mitnehmen oder irgendwo anders mit hin, dann hast du, glaube ich, auch über den Zeitraum werden Leute auch natürlich dann auch entsprechend bereit sind, mehr auszugeben pro Item, ne, weil du das dann halt einfach sagen kannst, okay, wenn ich aufhöre, das Spiel zu spielen, dann ist das, was ich ja ausgegeben habe, weg, aber wenn es Dinge gibt, die ich mitnehmen kann, in welcher Form auch immer das dann ausschaut, dann ändert das ja nochmal ganz die ganze Ökonomie, die da drum rumhängt. Und den Wert, weil dann der objektive Wert gesteigert wurde. Naja, nee, den gibt es ja nicht, den objektiven Wert, aber der subjektive Wert. Nein, nein, nicht den objektiven, der subjektive Wert wird gesteigert. Genau. Ja. Und das ist dann, und das ist das, was ich meine, wenn man das loslöst vom Anbieter, dann schafft man ganz viele Ökosystemmöglichkeiten oder Netzwerkeffekte oder wie auch man es nennen will. Also eine ganz neue Welt kann da entstehen, dann drumherum. Und das ist ja jetzt auch, das ist ja dieses große Hype-Thema, jetzt gerade in der Tech-Branche, was da jetzt so hochkommt oder Buzzword mit dem Metaverse. Da steckt ja genau das mit drin, dass auf dieser Blockchain-Basis oder die zentralen Basis mit NFTs und so weiter da auch eine Ökonomie entstehen kann, was nicht an einem Anbieter hängt und daraus kann er halt etwas Größeres dann werden, was man da so mit dem Metaverse aus Snowcrash quasi so ein bisschen da so ein schönes Bild drüber gepfrappt hat. Das ist natürlich auch ein Werbethema, ein Buzzword-Thema, ein PR-Thema und so weiter. Aber tatsächlich haben wir an ganz vielen Stellen jetzt gerade so eine neue Dimension erreicht. Oder auch so AR, VR reinkommt, wo das reinkommt, was Fortnite macht, diese virtuellen Welten, wo man da zusammenkommen kann und wo dann auch wieder ein soziales Umfeld entsteht, abgebildet wird oder erweitert werden kann. Und da kommen ganz viele Themen da zusammen. Und das wird, glaube ich, schon auch ein, denke ich, schon ein wichtiges Thema in den nächsten Jahren auch dann sein werden, was sich daraus entwickeln wird. Aber das ist natürlich nicht absehbar, wie sich das entwickeln wird. Ja, natürlich nicht. Neulich hat mir ein Freund noch erzählt, dass seine, eins seiner Kinder hat gesagt, so einfach auf die Frage, hey, was machst du heute noch so? Und sie meinte, oder er, ich weiß es gar nicht mehr, das Kind sagte, ich treffe mich gleich noch mit Freunden. Ja, alles klar. Und das war auch so, man hat sich vorbereitet, sich mit Freunden zu treffen. Aber das, was er überhaupt nicht geschnallt hat, weil er dachte, sie wird jetzt das Haus verlassen, zur Tür rausgehen und sich irgendwo mit Freunden treffen. Ne, die haben sich einfach auf dem Discord-Server getroffen. Und das hatte aber den gleichen sozialen Stellenwert wie ein richtiges Treffen. Und da gibt, ich meine, die Verschiebung zu einer digitalen Ebene, die ist ja da. Im Guten wie im Schlechten. Ja. Und ich denke mal, wir müssen hier nicht über die ganzen negativen Sachen sprechen, die sowas auch mit sich bringen kann. Weil das, ich glaube, ich denke mal, dass auch wenn am Anfang sowas immer schwierig und vielleicht sogar vermeintlich unschön sein kann, dass sich die menschliche Natur da irgendwie so durchbeißen wird, dass es am Ende etwas Gutes und vor allen Dingen halt auch etwas Normales und Anerkanntes sein wird. Ja, also das, das ist ja auch absolut. Also das ist ja nur eine Frage. Wir sind ja jetzt, ich weiß nicht, wie alt du bist, ich bin 42 und da erlebt man so ein... Ich bin 40. Ja, und in dem Alter haben wir ja, weiß ich, ob das jetzt für uns gut ist oder schlecht ist, das kann man sich nicht aussuchen, aber wir haben die Welt vorher und die Welt danach gesehen. Also wir sehen die beiden und haben beides erlebt und haben erlebt, wie das jetzt so hochgekommen ist. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, was du gesagt hast, dass dann natürlich dann die jüngeren Generationen, die so aufwachsen, die können sich ja dann, wenn man heute Teenager ist, dann kann man sich ja nicht mal mehr an eine Zeit vor dem iPhone erinnern, also geschweige denn, vor Internet geht ja sowieso nicht, schon allein, wenn man geboren ist. Ja. Und dann ist natürlich dann auch der Gedankengang ein ganz anderer, dass man sagt, man trifft sich mit Freunden, genau was du sagst, da macht es dann keinen, das macht schon einen Unterschied, aber es ist trotzdem auch ein vollwertiges sich mit Freunden treffen, wenn man das einfach nur über den eigenen Discord-Server macht und dann miteinander einfach quatscht und vielleicht ein Spiel zusammenspielt noch daneben oder wie auch immer. Und da ist es dann halt, da wird nicht gesagt, ja, man geht online oder irgend so etwas. Das ergibt dann überhaupt keinen Sinn, weil man sowieso konstant online ist. Und natürlich, das ist halt, aber das ist ja das, das Internet, ich meine, das klingt ja immer banal, wenn man das sagt, aber es ist ja tatsächlich so, dass es, es ist etwas in der Größenordnung von der industriellen Revolution, wie es unsere Gesellschaft und unsere Art, wie wir als Menschen zusammenleben, verändert und beeinflusst. Und ich würde sogar mittlerweile fast so weit gehen, dass es, dass es da noch, noch weit darüber hinaus gehen wird. Und natürlich... Wie meinst du das? Wie meine ich das? Ja, wie meinst du, ich meine, wenn man sich anguckt, wie weit das Internet schon in unser Leben hineinwirkt und du sagst, das wird noch weiter gehen, was meinst du damit? Na, diese Stringung der Technologie an sich im Alltag und dann da, welche Folgen das hat. Also wenn wir uns jetzt mal überlegen, das Internet, wie lang ist es jetzt im Mainstream, haben wir ja vor dem Anfang, haben wir uns ja die Frage gestellt, wann würde man sagen, irgendwann in den Zehnerjahren, also sagen wir mal jetzt seit zehn Jahren oder vielleicht, wenn man ein bisschen über zehn Jahre im Mainstream kommt. Ja, so ungefähr. Wenn man das so sagen will. Ich würde jetzt mal sagen, jetzt hier in den meisten oder in den meisten Ländern weltweit wahrscheinlich eher so Mitte der Zehnerjahre mit der Verbreitung von mobilen Telefonen, von Smartphones voraus, hauptsächlich Androids, die sich verbreitet haben, die natürlich schon für viele dann die ersten Rechner waren, mit denen sie online gegangen sind. Und das ist eine super kleine, kurze Zeitspanne erst gewesen für etwas, was so grundlegend auf uns einwirkt. Und da sehen wir ja jetzt erst mal, wir sehen jetzt erst mal so verschiedene Dinge, die dann darauf umgesetzt werden. Ob es jetzt ein Airbnb ist oder ob das jetzt irgendwelche Lieferdienste sind oder ob es jetzt die Möglichkeit ist, so WhatsApp und so weiter oder Instagram oder wenn wir uns anschauen, was aus TikTok heraus erwächst, diese Duett-Memes und so weiter, das sind ja Dinge, die sind ja, wenn man historisch betrachtet, das ist ja alles in der Zeitraum von einem historischen Augenzwinkern passiert. Und das werden wir natürlich dann auch in den nächsten 10 oder 20 Jahren oder in den nächsten 50 Jahren werden, wird es noch Dinge geben, die wir uns jetzt erst mal so jetzt hier im Hier und Jetzt nicht vorstellen können. Ich bringe da immer, kommt da immer Kevin Kelly, der einer der Mitgründer von Wired, hat mal gesagt, Ja, großartiger Mensch. Alles, was wir hier jetzt sehen, sind Prototypen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man immer im Hinterkopf behalten sollte. Wenn du jetzt vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren das Inhalt eingeguckt hast, dann hast du ja auch gedacht, ja gut, jetzt gibt es diese spannenden Web-Zone-Sachen, da hast du delicious Online-Bookmarks und so etwas. Und dann fragst du dich, was soll denn dann da noch groß kommen? Und dann kommt das iPhone und das iPhone ermöglicht dann Instagram und die Kameras ermöglichen dann auch und TikTok und so weiter. Und diese ganzen Dynamiken, die dann mit dem Fortnite und dem Discord in Verbindung und so weiter kommen, das ist ja, das wächst ja selbst nochmal exponentiell weiter. Und interessant wird es ja immer erst, wenn die Technologie oder der Dienst selbst erst so langweilig ist, also er wird langweilig, weil er einfach im Alltag angekommen ist. Und wenn er im Alltag angekommen ist, dann verändert er den Alltag. Und das dauert eine Zeit. Und ich glaube, das ist so tiefgreifend und so fundamental, dass die Ausbildungen noch schwer vorstellbar sind, was das bedeuten wird. Zumindest auch von der industriellen Revolution. Also was das, da haben sich, glaube ich, die Adelshäuser auch nicht vorgestellt, dass sie dann, oder die Königreiche, dass sie dann von den Nationen abgelöst werden. Vor dem Auto haben sich die ganzen Pferdezüchter wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie bald überflüssig sind. Ja, teures Spielzeug, nur für Reiche. Ja, richtig. Wird sich nicht durchsetzen. Nee, aber es stimmt. Es gab, also wie gesagt, wir sind ja so fast eine Generation. Und ich denke, du kennst auch noch die Zeit, dass man irgendwann gesagt hat, ich gehe mal eben ins Internet, meistens um irgendwas nachzugucken. Also wirklich um, Recherche ist schon fast zu viel gesagt, um mal zu gucken, ob du da irgendwas zu einem Thema findest, worauf die Antwort häufig hieß, nee, da finde ich gerade nichts. Also gehe ich dann auch wieder raus aus dem Internet und mache dann was anderes. Man konnte in der Zeit, wenn man im Internet war, ja eh nicht telefonieren, weil die Leitung ja belegt war. Genau. Da waren meine Eltern nicht begeistert davon. Ach ja. Von der Telefonbereich auch nicht. Ach, hör auf. Nee, ich habe da, ich habe dann in den 90ern, ich war dann so in einem Musikforum, so auf einem ganz Nischen-Technologie, Techno war das damals. Und habe dann, bin reingegangen, habe die ganzen Threads aufgemacht, ich glaube Tabs gab es, oder was kann auch sein, dass es unterschiedliche Browser-Fenster waren oder ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall habe ich die Threads unterschiedlich aufgemacht in einem Forum, war so Ende 90er und bin dann wieder offline gegangen und dann habe ich alles gelesen. So war das. Ja. Damals, kurz nach dem Krieg. Ja, genau. Ja, genau. Und ich habe mir auf Napster noch Sachen runtergeladen und zwar abends und nachts, weil es da günstiger war. Ja, ja, der Oftarif. Weil da die Telefonrechnung, ja. Genau. Und ich meine, damals musste man sich ja einen Song bei Napster, der irgendwie so, ich sag mal so, vier Minuten war, da musste man sich ja Zeit für nehmen und hoffen, dass die Leitung nicht zusammenbricht. oder gegenüber Auflagen geht. Ach ja. Ja, good times. Ja, da sind wir, sind wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen, bisschen fortschrittlicher, wobei ich, Kevin Kelly würde ich niemals widersprechen und wenn er sagt, dass das alles Prototypen sind, dann stimmt das. Ich meine, er ist natürlich, ist natürlich ein cleverer Kerl, weil wenn man zurück in die Historie guckt, war ja immer alles nur ein Prototyp, etwas woraus das Nächste entstanden ist. Ja, das stimmt, aber was er meint oder wie ich es verstehe, ist, dass wir mit dem Internet an sich so ganz am Anfang stehen und ganz viele Dinge, was wir jetzt ja auch immer ganz, was wir an ganz vielen Stellen sehen, wir ja erst mal so eine neue Technologie, die kopiert erst mal das, was vorher da war, bevor dann in dieser Technologie dann diese neuen Dinge entstehen können. Na, sagen wir zum Beispiel, als das iPad kam und dann alle Printmagazine dann ihre Printausgaben dann als iPad-Ausgaben rausgebracht haben, mit denen alles als Bilder, damit es genauso schön aussieht, der Text als Bild, 500 Megabyte runterladen, dann darf man durchblättern. So ist das dann erst mal und so ist es an ganz vielen Stellen und wir stehen auch jetzt immer noch am Anfang dessen, was möglich ist, weil sich das natürlich alles erst so langsam, dieser ganze Möglichkeitsraum sich erst langsam erschließen lässt. und da lohnt es sich einfach nicht davon auszugehen, okay, das, was wir jetzt haben, das ist das, was möglich ist und fertig, sondern immer mit dem Blickwinkel drauf zu schauen und zu sagen, okay, das, was wir hier alles sehen, sind erst mal die ersten Prototypen, dessen, was hier online geht und wir fangen gerade erst an und ich kann, also ich sehe nicht, wie man es anders sehen kann, als dass wir hier gerade erst am Anfang stehen. Also mir fällt das wirklich schwer. Schaffst du das, dir diese Historie, diese zeitlich gesehen sehr knappe Historie bewusst zu machen und regelmäßig zu denken, das ist noch nicht die finale Form, da kommt noch was? Weil ich glaube, der Mensch, der neigt ja dazu, das, was er jetzt gerade hier und heute benutzt, als das Normale anzusehen und den tendenziell sich nicht verändernden Status Quo, kriegst du da diesen Schulterschluss hin, zu sagen, nee, das wird alles noch viel, viel anders werden. Viel anders. Also bis jetzt klappt es mal gucken, wie das wird, wenn ich irgendwann mal 50 bin oder so, ob das dann immer noch davon sein wird oder ob ich dann davon ausgehe, dass dann nur noch Quatsch kommt. Man fühlt sich ja ganz oft bestätigt. Also wenn man sich jetzt irgendwie, man kann ja durchaus denken, jetzt im Bereich Social Network, dass dann jetzt, dann hat man Twitter und dann hat man Facebook und dann hat man dann die Timeline, wo man dann die Einträge von den Leuten sieht. Auf der einen Seite kann man Leuten asymmetrisch folgen, das heißt, die müssen einem nicht zurückfolgen, man bekommt trotzdem die Inhalte. Facebook ist eher auf asymmetrisch ausgelegt oder zumindest war es das mal so, dass man nur das von den Freunden sieht. So und fertig. Und dann kam zum Beispiel ein Snapchat und hat mit seinen Storys gezeigt, okay, diese Inhalte von denen, denen du folgst oder die dich interessieren, die können wir noch mal anders darstellen. Und daraus können noch mal ganz neue Dynamiken kommen. Und dann kam TikTok und hat gesagt, nee, pass mal auf, du musst gar niemanden, also du kannst ja auch Leuten folgen bei uns, aber viel interessanter ist das, was wir dir einfach automatisch zeigen, was wir denken, was dir gefällt. Und dann hast, und dann verbringst du zwar eine halbe Stunde oder eine Stunde mit der App, wo du erst mal völlig irritiert bist, mit welchen Leuten du hier in dem Land zusammenlebst, die du dir überhaupt nicht nachvollziehen kannst, was man da sieht, um Gottes Willen. Aber irgendwann, wenn der Algorithmus dich verstanden hat, dann zeigt er dir auf eine wirklich unheimliche Art und Weise, so gut wie die da sind, spannende Sachen, sodass du siehst, okay, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Ansatz, auf einer großen Plattform, wo Leute Inhalte einstellen, die Inhalte, die richtigen Inhalte zu mir zu bringen, wo gar nicht nochmal ein Social Craft dahinter liegen muss. Wo man erst mal vor ein paar Jahren vielleicht gar nicht gedacht hätte, sondern man dachte, oh nee, das muss halt alles immer auf einer Social Craft Basis ganz unten erst mal fußen, damit das irgendwie funktioniert. Und da sind schon so Sachen, wo man regelmäßig wieder Sachen sieht, okay, das ist nochmal, da dreht sich das nochmal weiter oder sieht man nochmal was Neues, was man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Oder auch Discord zum Beispiel, finde ich auch extrem spannend im Social Bereich. Extrem groß geworden und schaffen da wirklich nochmal, man sagt, okay, als Forum oder Social Network, da haben wir jetzt alles durchgespielt, da hat Discord auch nochmal in ganz vielen Stellen nochmal eine Tür aufgemacht und da finde ich auch sehr gespannt, wo die sich zum Beispiel hin entwickeln werden. Und das sind jetzt alles nur mal so, das ist jetzt nur der Sektor über Öffentlichkeit und Kommunikation und so weiter oder Unterhaltung im Sinne von TikTok dann sprechen. Und das sind aber schon, das sind ganz viele Sachen, finde ich schon, die so nicht so offensichtlich waren oder wo man nicht sagt, okay, das muss halt mal, das wird schon noch kommen, aber das ist hier oder hier ist jetzt Ende der Fahnenstange, Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht und ich finde, dass man das immer wieder bestätigt sieht. Ja, wenn man sich damals, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, als Instagram so als komische Fotosharing-App aufkam, es wäre nicht möglich gewesen, daraus dann abzuleiten, dass dann irgendwann Snapchat und dann TikTok kommt. Also du hättest nicht von damals, von dem Instagram damals auf TikTok schließen können, das geht nicht. Und ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir herausfinden, wie lange man das Ganze betrachten kann, bis man den Verstand verliert, weil du scheinst ja da immer noch sehr, du bist ja ja immer noch völlig enthusiastisch und sagst, hey, das ist, es ist so spannend. Du bist ja schon Fan. Fan, ja, von den Möglichkeiten auf jeden Fall, von der, es ist intellektuell auf jeden Fall spannend und herausfordernd, sich damit auseinanderzusetzen, versuchen, die Dinge zu verstehen, auch wenn man gerade auch so neue Sachen sieht, die man erstmal nicht nachvollziehen kann und ich sehe es auch nicht so, dass ich da jetzt immer am Puls der Zeit bin. Also im Musical.ly zum Beispiel habe ich nur aus den Augenwinkeln mal so bei, beim Tochter von Bekannten dann mal so gesehen und habe das auch nicht so super ernst genommen. Oder zum Beispiel, als damals Snapchat mit den Storys kam und dann gesagt hat, ja, nach einem Tag sind die weg. Da war meine erste Reaktion ja, was für ein Blödsinn da jetzt so ein Verfallsdatum ins Digitale reinzubringen. Was soll denn das überhaupt? Und da war dann auch wieder so ein Lernprozess, aber bei mir wieder dann da, wo ich dann erst viel später festgestellt habe, was für eine eigene Dynamik dann in dieses Format, in dieses Content-Format reinkommen kann, wenn man weiß, okay, nach einem Tag ist es weg und die Anordnung, also als Story, so, dass dann viele Beiträge hintereinander dann zusammengefasst werden von dem selben Verfasser und so was und das muss ja beides Hand in Hand gehen und das sind ja schon auch immer so Sachen, wo du dann halt wieder so selbst so einen Erkenntnisgewinn hast und wieder selbst und wieder selbst wieder dazu lernst und das ist schon spannend und es gab auch mal eine Zeit, wo ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, nicht so super enthusiastisch war, wo ich sagte, okay, jetzt kommt ja hier noch was oder ist alles nicht so interessant, aber ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber in den letzten Jahren, weiß nicht, da hat dann nochmal irgendwie so ein, alles nochmal so ein, nochmal so ein Schub bekommen, habe ich den Eindruck oder mit mir persönlich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt besser schlafe, seit die Kinder keine Babys mehr sind, das hängt da mit dran, aber ich finde das, ja, ich bin da, ich bin Fan von den, auf jeden Fall von den, von dem explodierenden Möglichkeitsraum, vor dem wir hier nach wie vor stehen. Und du über dieses Fan sein und über deine Betrachtung schreibst du auch. Wir haben jetzt, wir sind jetzt gleich an dem Zeitpunkt, wo du schon gesagt hast, dass du auschecken musst, von daher würde ich sagen, sag den Leuten bitte, wo sie dich und deine Arbeiten finden können und wo sie es am besten dann auch tun sollten. Ja, genau, also ich schreibe auf neunnetz.com, das mache ich jetzt, das mache ich seit 2006, habe ich damals in der Web 2.0-Welle, war ich ganz fasziniert, habe ich dann auf meinem privaten Blog erst ein bisschen drüber geschrieben, das hat nicht so richtig zusammengepasst und habe ich dann angefangen, dann einen Tech-Blog damals zu starten und hätte damals auch nicht ahnen können, was dann daraus dann da noch erwächst, also mache das jetzt halt wirklich schon eine Weile. In der Pandemie jetzt öffentlich leider nicht so viel da geschrieben, aber wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie wichtig Timing auch bei Technologien bei allem ist, ich hatte hervorragendes Timing, ich habe im Dezember 2019 ein Mitgliederangebot bei mir gestartet, also kurz vor der Pandemie. So ein Abo-System? Fluch und Segen, genau, genau. Und da kann man sich anmelden als Mitglied und da bekommt man dann einen wöchentlichen Newsletter, Zugang dann zum Discord-Forum und ja, dann mache ich jede Woche ordentlich da so Sachen ein, wie NFTs und so weiter. Oder auch Onlyfans, habe ich da jetzt auch in der letzten Ausgabe drüber geschrieben, kann man dann auch als Podcast anhören, wenn man das will und das mache ich, da kann man auch direkt drauf, habe da vor kurzem mir der externen Handel noch eine URL zugelegt, die auch Podcast-kompatibel ist. neunnetz.club kann man da einfach eingeben, da wird man dann direkt auf die Seite bei neunnetz.com weitergeleitet, wo man sich das dann angucken kann, was da so ein Angebot bei mir ist und das mache ich ja, aus Zeitgründen, das ist irgendwie ein bisschen still gerade öffentlich geworden auf dem Blog, das ist ein bisschen schade, wird sich hoffentlich auch irgendwann wieder ändern und da mache ich auf neunnetz.fm, da landen meine öffentlichen Podcasts, ist aber auch gerade auch gerade noch wieder ein bisschen ruhig, auch mal gucken, du weißt ja, wie das mit mir in der Zeit ist, du hast ja relativ lange auf mich einreden müssen, bis ich hier Zeit gefunden habe für das Gespräch. Und dann, ja, dann mache ich noch den... dass es jetzt geklappt hat. Ja. Wollte dich dann irgendwann noch nicht mehr länger hängen lassen. Und dann mache ich noch die Exchanges mit Jochen Krisch, der ist der führende E-Commerce-Experte in Deutschland. Mit dem sprechen wir dann immer über die Strategie-Themen um Online-Handel. Das kommt so alle zwei Wochen ungefähr kommt das raus. Findet man auch auf excitingcommerce.de oder dann überall bei allen Podcasts. So, dann überlege ich, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber ich glaube, das wäre alles. Auf Twitter rege ich mich über die Politik auf. Ja, und das dürfte es eigentlich gewesen sein. Ach, du bist das. Ich bin der eine, der sich auf Twitter über Politik aufregt. Du bist der eine, der sich auf Twitter aufregt. Ja. Wo sich ja sonst alle immer nur die Hände geben. Die anderen sind mir alle zu harmonisch da. Ja, ist ekelhaft. Da hast du vollkommen recht. Marcel, ich danke dir für deine Zeit. Ich habe nie daran gezweifelt, dass es sich für mich lohnen wird, wenn du dann endlich zustimmst. Und ich hatte damit recht. Ich wünsche dir noch einen super Tag und ja, wir hören uns dann später. Ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank. Ciao. Und wir sind raus. Ich will es mal so sagen. In der schönen neuen Welt der Informationsflut kann es durchaus von Vorteil sein, auf eine verlässliche Chronik zurückgreifen zu können. Und Marcel stellt mit seiner Arbeit eine eben solche zur Verfügung. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vergesst bitte nicht, den Podcast, also diesen Podcast und seinen Podcast und jeden guten Podcast zu abonnieren. Schaut gerne mal bei YouTube oder Instagram vorbei. Lasst uns Kommentare oder eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Das würde uns sehr helfen. Wir haben selber ein Newsletter, den 5G Newsletter, den ihr kostenfrei abonnieren könnt. Und was ist noch? Ja, Steady. Ihr könnt uns mit eurem hart verdienten Geld unterstützen, indem ihr ein kleines Abo bei Steady abschließt. Das wäre ein kleines Trinkgeld, was ihr in unsere Richtung schmeißt. Was auch immer ihr tut. Macht's gut. Bis später. Bis später. Untertitelung des ZDF, 2020